Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. So, noch schnell mal gucken, was hier läuft. Äh, was es hier gibt. Nicht, was hier läuft. Was hier läuft? Ja, wir müssen den Fernseher ein bisschen lauter machen. Ja, das glaube ich auch. So, nochmal checken Mikrofon an. Was ist hier? Zahnräder! Ja. Wow! Guck mal, wir haben hier so ein Modell der Brücke da hinten. Also das ist diese... Aber das ist ziemlich gut erhalten. Ja. Das ist nicht so... Das sieht irgendwie voll neu aus. Ja, ne? Guck mal, das ist sogar irgendwie ohne Staub. Guck mal, hier unterm Tisch ist sogar irgendwie Dreck. Aber hier drauf ist alles sauber. Ob das jemand gepflegt hat? Oder ob Sam und... Wie ist das denn da? Kein Plan. Der Kleine halt. Oder aber der Kleine Sam. Ich weiß es nicht mehr. Ich rauch nicht. Daher runter oder hoch? Ich kriege immer Benachrichtigungen, wenn du bei Twitch Online gehst. Ja, ist doch schön. Okay, der... Gehen wir mal hoch. Oh, hier ist nicht super... Jetzt fast bin ich hochgelaufen. Boah, hab ich mich erschrocken. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Sehr schön. Jetzt haben wir die lautlos... Fertig gemacht. Dachte ich. Na, da draußen scheint die Party abzugehen. Wieso schießt da hier einer? Die haben doch gar nicht mitbekommen, dass die hier gestorben sind. Ganz ehrlich. Wieso ist der Sam oder wie auch immer der Heist einfach so weggelaufen gerade? So mir nix, dir nix. Hat er mir so einmal in die Fresse geschlagen, das war's dann. So, haben wir noch mehr? Ich sehe keine. Erstmal. Erstmal. Oh, ich hab den Monitor weggekickt. Das ist irgendwie lustig. Was denn? Ich hab den Monitor weggekickt beim... Das ist doch nicht lustig. Doch. Das ist doch bitte für den Humor. Einen sehr schlechten. Ich finde dich, Arschloch. Komm schon, Mann. Es gibt zwei Möglichkeiten. Jetzt hab ich... Boah. Ich bin ein Ninja, der Kerl. Echt? Ja. Da haben wir ein paar... Pfeile von dem Aufheben. Das ist echt. Na gut, das ist ein Pfeil. Wo? Pfeil. Ja, wo? In dem Typen. Nicht da. Nicht... Woanders. Geh doch mal da an die Ecke. Ja, hier ist der Pfeil. Genau. Wo? Da steckt doch alles. Achtung! Wo? Bleib cool. Das wird jetzt noch ein schwieriger Abschnitt, glaube ich. Ein schwieriger Abschnitt, glaube ich. Ein schwieriger Abschnitt? Ja, schwieriger Abschnitt. Also, ich glaube, wir müssen hier raus. Auf Dauer. Da muss ich drum herum kommen. Was denn? Möchten Sie Ihre Lasagne, Monsieur? Schmied? Nicht sofort. Du kannst sie erst mal essen, dann kannst du die andere für mich machen oder so. Kleiner, ein Sack, weiß nicht? Wieso bin ich ein Sack? Ja, doch, mach sie ruhig sofort. Ich brauche eh, bis ihr abkühlt und so. Weißt du, was ich meine? Ja, gesagt, weißt du, wie ich meine? Es dauert ja eh, bis ich dir esse und dann bist du schon längst fertig. Du wirst hier nicht rauskommen. Ja, was hast du drauf, Mann, hä? Was ist denn los? Ja! 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 Alter! Weckgefetzt hier! Was machst du da? Ich merkst, dass du behindert bist. Okay, dann warst du es halt. Ich habe meine Behinderung abgelegt. Ich finde dieses Arschloch. Und zum Teufel ist er. Oh, da läuft noch einer. Ja, der hat gerade geredet über mich. Wurde! Okay. Geschafft. Hat er noch was gedroppt? Schade. Richtiger Geizhals. Ja, wie kam die Stelle früher schwieriger von? Oder kommt das schwierige erst? Das ist voll schwierig mit dem Pflaster hier zu spielen. Nein. Oh nein. Los! Los! Halt, halt, halt. Hey, Sie sind hier drüben! Oh, shit. Ach, vielleicht kommt die Schaltstelle rein. Erledigt. Los, kommt schon. Okay, schau mal nach. Alles klar. Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm so. Mist. Schneller, schneller. Henry, genau, auf H. Mit was hätten die den hochholen sollen? Keine Ahnung, was sind die Schwarzschmerzen? John, na los! Muss ich halten oder drücken? Los, rein ins Gebäude, mach schnell! Okay. 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 Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Was kann ich bauen? Ein Messer. Weder Medikit noch Molotov mal wieder. Und auch keine Split... Ach, die, auch Bombe kann ich nicht bauen. Das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Du machst doch keine Bauchbombe. Joa, aber wenn man... Besser als nichts. Besser als gar keine Bombe. Wie ich finde. Na, ist doch so. Hab ich ja nichts zu ihm gesagt? Ja, ne? Oh! Fuck! Geht auf, warum? Ja, komm. Komm. Was warst du denn jetzt? Oh, scheiße! Oh, scheiße! Eigentlich hätte ich Ellie direkt mit erschossen. Oh, ja. Eigentlich nur. Käffers Erste scheint es sicher. Ich traue dem nicht. Ich jetzt auch nicht, aber... Es scheint mal so. Naja, lass mich kurz umgucken. Grob. Okay, was soll ich jetzt damit machen? Hier durchschieben los. War das nicht da? In der Stelle wusste du auch nicht, was du mit dem Wagen machen sollst. Warte mal, Joel. Geh da mal! Echt nicht? Das weißt du noch? Ja. What the fuck? Kann mich an die Stelle nämlich erinnern. Da musst du zu schon damals wissen. Gut, das krieg ich mir durch. Oh, ja. Was wird jetzt so ab? Fuck. Ja. Die gehörten. Los, los! Moment, ich bin doch beschäftigt. Das siehst du doch. Ja. Oh, verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich geb dir Deckung und dann rennst du. Oh Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie! Keine Diskussion. Ellie! Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was hab ich gesagt, hm? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann? Henry! Hey, hey, hey! Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein. Ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Wird ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären entrunken. Ja, sicher. Ja,its. Ja, das ist so.